Ja, schön euch wieder zu sehen. Das ist gut, dass wir zusammen sind. Musst ihr eben so denken, bei dem schummrigen Licht und der schönen Atmosphäre. Fehlt nur noch eine Kerze, dann haben wir ein Candlelight Dinner hier. Es ist wie ein Date, weißt du? Heute Abend hast du ein Date mit Jesus. Und das ist gut, dass wir als Braut uns erfreuen an unserem Bräutigam, dass wir die Vorfreude wachsen lassen auf den Tag, wo wir die Hochzeit des Lammes feiern werden. Insofern ist das jedes Abendmahl so. Jesus hat, als er mit seinen Jüngern sich versammelt hat, hat er gesagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mahl mit euch zu essen, diese Gemeinschaft zu haben, ehe ich leide. Und Paulus sagt, wenn wir das Mahl feiern, dann verkünden wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Es ist, wie gesagt, ein Date. Er ist nicht physisch anwesend, er ist nicht physisch gegenwärtig, aber er ist durch seinen Geist hier, in unserer Mitte. Er lebt in uns und er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte seine Liebe mit uns teilen. Er möchte uns stärken. Und das ist es. So ein Candlelight Dinner für ein Paar ist etwas, was die Liebe stärkt zueinander. Manche Ehepaare machen dann ihren romantischen Abend. Das ist jetzt euer romantischer Abend hier. Mit Jesus. Nicht ohne Jesus, sondern mit Jesus. Das kann man zu Hause haben und das kann man hier in der Gemeinde haben. Und das ist doch gut, oder? Und für alle, die alleinstehend sind, ist das ein Trost, eine Ermutigung, zu sehen, Jesus ist die Liebe unseres Lebens. Er ist derjenige, der unser Herz durch und durch kennt. Er ist der Liebhaber unserer Seele. Wenn wir das in 1. Korinther 6 lesen, dann lesen wir, die, dem Christus Jesus angehören, sind ein Geist mit ihm. Das ist wie verheiratet sein. Und das ist gut. Jesus ist so gut. Deswegen lasst uns diesen Abend wirklich feiern. Und unser Herz weit öffnen für seine Liebe, für seine Gegenwart, für seinen Geist. Und es ist nicht nur Süßholzgeraspel, was von ihm kommt, wenn er mit uns spricht, sondern er spricht auch ernste Worte mit uns. Aber diese Worte sind voller Liebe und sie zielen darauf, dass wir noch schöner werden, noch mehr vorbereitet werden auf den Tag der Hochzeit. Dass wir gewaschen werden mit diesem Wasser, von dem Paulus spricht in Epheser 5, das Wasserbad im Wort. Sodass wir tatsächlich geheiligt vor ihn treten. Und auch das Abendmahl dient dazu, einfach als Erinnerung an das, was er für uns getan hat, als Wiederfestigung in der Gnade, uns zu stärken in der Gnade, in der wir stehen, in der wir leben. in dem Bund, in den er uns berufen hat. Der Bund, der darin besteht, dass er sein Leben für uns gegeben hat. So schön, dass wir diesen Abend hier zusammen haben mit Jesus. Und ja, wir wollen jetzt ins Wort gehen, in die Geschichte von der Befreiung aus Ägypten, wie Gott sein Volk Israel erlöst hat aus Ägypten. Und es ist ein wunderbares Bild für die Errettung der Gemeinde Gottes. Es ist ein Bild von dem Gericht, was über die Welt ausgeübt wird und über den Fürsten dieser Welt. In Pharao wird der Fürst dieser Welt gerichtet. Die Mächtigen dieser Welt. Jesus ist der Herr aller Herren. Unser Geliebter ist der König aller Könige. Und er ist der gerechte Richter. Er wird alles zurecht bringen. Alles, was jetzt ungerecht ist, was nicht stimmt, das wird er zurecht rücken. Ja, so sind wir jetzt in den Plagen und wir sind ziemlich schon ziemlich am Ende. Heute sind wir in Kapitel 10 und werden die 8. und 9. Plage sehen, bis es dann nächste Woche zur 10. Plage kommt, zur endgültigen Plage, die die Befreiung bringt. Und wir steigen ein in Kapitel 10 und ich bete kurz. Jesus, wir danken dir für dieses wunderbare Geschenk, dass wir mit dir zusammen heute Abend sein können. Wir danken dir dafür, dass du uns liebst, dass du in Liebe uns zugewandt bist. Danke, Herr, für diesen kostbaren Abend. Wir bitten dich, dass wir ja nicht geschlossene Herzen haben, sondern dass unsere Herzen weit offen sind für das, was du uns sagen möchtest, für das, was du ja uns geben möchtest. wir bitten dich, dass du unsere Herzen bewegst und berührst durch deinen Geist und uns lehrst und leitest, uns reinigst, uns erneuerst und stärkst und kräftigst durch dein Wort. Danke, Herr, dafür. Amen. 2. Mose 10 Danach sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao hinein, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Hofbeamten verstockt, um diese meine Zeichen mitten unter ihnen zu tun. Und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder erzählst, wie ich den Ägyptern übel mitgespielt habe und meine Zeichen, die ich unter ihnen getan habe, so werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin? Da gingen Mose und Aaron zum Pharao hinein und sagten zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, bis wann willst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Denn wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, dann will ich morgen Heuschrecken in dein Gebiet bringen. Die werden den Boden des Landes bedecken, sodass man das Land nicht mehr sehen kann und sie werden den Rest fressen, was gerettet und euch vom Hagel übrig gelassen worden ist. Auch werden sie alle Bäume fressen, die euch auf dem Feld wachsen und sie werden deine Häuser füllen und die Häuser all deiner Hofbeamten und die Häuser aller Ägypter, wie es deine Väter und die Väter deiner Väter nicht gesehen haben, seit dem Tag, an dem sie auf dem Land sesshaft wurden, bis auf den heutigen Tag. Darauf wandte er sich um und ging vom Pharao hinaus. Die achte Plage. Wir sind in diesem letzten Plagenzyklus und hier am Ende wurde uns gesagt, dass es eine Plage ist, eine Heuschreckenplage, die Ägypten so noch nie erlebt hat. Und später wird uns sogar gesagt, dass es eine Plage war und zwar am Ende von Vers 14, vor ihnen hat es keinen solchen Heuschreckenschwarm wie diesen gegeben und nach ihnen wird es keinen solchen mehr geben. Es war also eine außergewöhnliche, unvergleichliche Plage, die Ägypten hier befallen hat. Mose kündigt das an. Es wird etwas sein, was so noch nicht da gewesen ist. Wir fühlen uns oft so sicher. Und ja, die Corona-Krise, die hat uns noch mal wieder verunsichert. Aber wir fühlen uns oft so sicher. Wir denken, wir haben alles im Griff. Wir sind so klug. Wir erforschen die Geschichte. Wir wissen so viel aus der Geschichte. Und wir haben ja so viel gelernt und wir haben so gute Techniken entwickelt. Wir können alles. Und dann kommt plötzlich eine Plage, die nie vorher so da gewesen ist. Und wir sind geschockt. Wir denken, das kann noch nicht wahr sein. Wie gesagt, ein bisschen ist es ja so. Der Lockdown. Diese ganze Umwälzung. Etwas, was noch nie da gewesen ist. Die Ökonomie, die so runtergerasselt ist, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Dinge, die noch nie da gewesen sind. Gott ist fähig dazu, Dinge zu tun, die noch nie da gewesen sind. Wir sollten uns nichts vormachen. Und wenn wir die Dinge lesen, die in der Zukunft geschehen werden, wenn wir über die Gerichte Gottes in der Zukunft lesen, in der Offenbarung und über Dinge, die noch nie da gewesen sind, dann lass uns nicht irre machen. Durch Stimmen, die sagen, ja, das ist doch überhaupt nicht möglich. Das gibt es gar nicht. Das hat es noch nie gegeben. Das wird es auch nie geben. Gott ist fähig dazu, Dinge zu tun, die noch nie geschehen sind. Aber wir, die Kinder des Gottes, dem nichts unmöglich ist, für uns ist das ein Trost. Wenn Gott sagt, bei Gott ist nichts unmöglich, dann ist das für uns ein Trost, dann ist das kein Schrecken. Wir haben keine Angst, dass uns etwas treffen wird, was noch nie vorher gewesen ist. Sondern wir wissen, dass unser Gott Dinge tun wird für uns, die noch nie jemand sich ausdenken konnte oder noch nie gewesen sind. Ich denke an die Entrückung, Geschwister. Etwas, was nie zuvor in der Welt Geschichte geschieht. So ganz stimmt das ja nicht. Von zwei Männern wird berichtet, dass sie entrückt wurden. Henoch und Elia. Aber es klingt so unglaublich. Aber dass die ganze Gemeinde, alle auf einmal entrückt werden. Wie soll das geschehen? Und dann versucht man das irgendwie umzusetzen in Büchern, in Filmen. Und es sieht trotzdem so irreal aus, so Fantasy-mäßig. Ich weiß nicht, wie es sein wird, aber ich glaube meinem Herrn, der das mir versprochen hat. Ich gehe hin, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, dass ihr da seid, wo ich bin. Okay, nochmal hier zurück zu dem Text zu der achten Plage. Und Mose wird wieder aufgefordert, zum Pharao zu gehen. Und diesmal gibt es wieder so einen kurzen Einschub, wo Gott erklärt, Mose nochmal erklärt, warum er das Ganze tut. Er sagt, das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten ist verhärtet. Und hier werden die Hofbeamten nochmal erwähnt. Ich bin dann nochmal so ein bisschen durchgegangen durch diese ganzen Plagen, was denn hier über diese Hofbeamten steht. Und das ist so ganz interessant. Die Hofbeamten sind eigentlich bei vielen Plagen erwähnt worden. Vor ihnen, sie sind anwesend, wenn Mose seinen Stab auf die Erde schmeißt und sie zur Schlange wird, als das Wasser zu Blut wird. Auch in ihre Häuser kamen die Frösche und die Fliegen kommen in ihre Häuser. Also man liest an mehreren Stellen von diesen Hofbeamten. Und dann liest man gerade jetzt bei der letzten Plage, bei der siebten Plage auch schon von diesen Hofbeamten. und da steht in Kapitel 9, Vers 20, wer nun unter den Dienern des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser flüchten. Hier steht wortwörtlich eigentlich dasselbe Wort wie auch hier unten. Da steht Hofbeamte, die Hofbeamten des Pharao, die Diener des Pharao. Das ist eigentlich dasselbe Wort, was da steht. Und das ist interessant. Es gab unter diesen Hofbeamten tatsächlich Leute, die Gott gefürchtet, die das Wort Gottes gefürchtet haben. Mittlerweile nach der siebten oder jetzt hier bei der siebten Plage ist es ja auch schon, haben sie es ja auch schon gesehen, was das Wort des Herrn so ausrichtet. Wie das Wort des Herrn immer wieder eintrifft. Wie die Warnungen Gottes zutreffend sind. Und mögen doch die Christen zumindest. Aber doch auch alle Menschen, die Warnungen Gottes nicht in den Wind schreiben. Gott gibt uns so klare Warnungen für einen sündigen Lebensstil. Für einen gottlosen Lebensstil. So viele Menschen leben es trotzdem aus und empfangen am Ende den Lohn ihrer Sünde. Also, es gab unter den Dienern des Pharao, unter den Hofbeamten, solche, die das Wort fürchteten. Aber trotzdem sagt Mose am Ende von dieser Plage in Vers 29, ich werde für euch beten und es wird, dieser Hagel wird aufhören, damit du erkennst, dass die Erde dem Herrn gehört. Du aber und deine Hofbeamten, das habe ich erkannt, dass ihr euch immer noch nicht vor Gott, dem Herrn, fürchtet. Das scheint sich zu widersprechen. Hier gab es auf der einen Seite unter den Hofbeamten Leute, die das Wort des Herrn gefürchtet haben und ihr Vieh in Sicherheit gebracht haben und andererseits wird gesagt, dass sie Gott immer noch nicht fürchten. Wir sehen das auch im Volk der Juden. Wenn wir im Wort Gottes lesen, dass die Juden den Herrn abgelehnt haben, Christus abgelehnt haben, sich nicht bekehrt haben, heißt das nicht, dass es nicht Juden gab, die Jesus als Messias angenommen haben. Und trotzdem, die große Masse sozusagen, das Volk als Ganzes, hat Jesus als Messias nicht angenommen, als König nicht angenommen. Und so ist es auch hier mit den Hofbeamten. Es gab den einen oder den anderen, der Gottes Wort gefürchtet hat und der gesegnet war dadurch, beschützt, bewahrt vor der Plage. Aber Mose sieht die Hofbeamten, seine Diener, sie sind mit Pharao 1 darin, dass sie Gott, die große Masse derer, der Hofbeamten, dass sie Gott nicht fürchten. Und dann steht hier in Vers 34, als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner aufgehört hatte, hatten da sündigte er weiter und verstockte sein Herz. Er und seine Hofbeamten. Interessant, dass hier von den Hofbeamten auch gesprochen wird, dass auch sie ihr Herz verstockt haben. Hier ist Pharao und die Hofbeamten sind aktiv. Vers 35, so blieb das Herz des Pharao verstockt und er ließ die Söhne Israel nicht ziehen, wie der Herr durch Mose geredet hat. Also, der Pharao verstockt sein Herz. Gott sieht, dass es verstockt bleibt, so wie es gewesen ist. Und in Kapitel 10, Vers 1 sagt Gott dann, ich habe das Herz verstockt. Wir können das am Ende nicht auflösen. Was, wer, wie, wann, wo. Wir sehen nur, dass es zusammenwirkt. Die Verstockung des Herzens des Pharao und Gottes wirken in dem Herz des Pharao. Ich denke, es ist wichtig für Mose und auch für das Volk Israel, die Versklavten, zu wissen, dass Gott der Herr über diesen mächtigen König ist. Selbst in seinem Widerstand, selbst in seiner Verstockung hat Gott immer noch alles unter Kontrolle. Er ist derjenige, der das Ganze führt und leitet. Und zwar zu einem wunderbaren Zweck. Nämlich, dass meine Zeichen unter ihnen gesehen werden, dass sie getan werden. Damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder erzählst, wie ich den Ägyptern übel mitgespielt habe und meine Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. Und das wird bis heute unter den Juden, unter den gläubigen Juden gemacht. Zu den Festen wird das immer wieder erzählt, besonders zum Passafest, wo es ja gerade um diese, um den Auszug aus Ägypten geht. Und wir lesen das zum Beispiel in Psalm 78, in den ersten Versen von Psalm 78, wo dann auch die Geschichte vom Volk Israel in diesem ganzen langen Psalm, der ist einer der längsten Psalme mit 72 Versen. Und da heißt es am Anfang, höre, mein Volk, auf meine Weisung, neigt euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Ich will meinen Mund öffnen zu einem Spruch, will hervorbringen, Rätsel aus der Vorzeit. Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen und der künftigen Generation erzählen die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, damit die künftige Generation sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Das ist der Grund, warum all diese Dinge geschehen, weil Gott seinem Volk zeigen will, wie groß und mächtig er ist, wie stark, wie er der Herr der Herren, der König aller Könige ist, wie es keinen Machthaber dieser Welt ist, der ihm widerstehen kann. So hart sein Herz auch sein mag, so fest seine Hand auch um die Sklaven drumgelegt sind, die Ketten, so stark die Ketten auch sind, je fester er die Ketten zieht, dennoch ist Gott immer noch stärker, immer noch größer. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herben, sagt Mose. Gott sagt es durch Mose. Ihr werdet mich erkennen, meine Macht, meine Stärke und das wird euch helfen, mir zu vertrauen, so sagt es Psalm 78, damit sie Gott vertrauen. Wie gesagt, Gott ist nichts unmöglich. Ich bin gewiss, nichts wird mich trennen von der Liebe Gottes. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Noch nicht mal ein Pharao mit seiner ganzen großen Armee, kein amerikanischer Präsident mit seinem ganzen Heer, kein chinesischer Präsident mit seinem ganzen Heer. Es ist der unsichtbare Gott, den du nicht sehen kannst und der doch so viel stärker ist als der mächtigste Machthaber. Jetzt gehen wir weiter hier im Vers 3. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao hinein und sagten zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, bis wann willst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen? Darum geht es. Immer und immer wieder haben wir das gesehen. Pharao, komm von deinem hohen Ross herunter. Komm von deinem Thron herunter. Du bist nicht der Herr der Welt, sondern Gott ist der Herr der Welt. Er ist der Mächtige. Ihm gehört die Erde. Wie lange willst du dich weigern, dich vor mir zu demütigen? Und das ist immer wieder auch ein Wort an uns, wenn wir in unserem Stolz gefangen sind, wenn wir nicht bereit sind, Sünde zu bekennen, wenn sich in uns alles sträubt und wir sagen, bin ich denn wieder der Schuldige? Und am Ende ist es so, diese Welt, sie ist voll von Schuld und Sünde und jeder Mensch ist ein Sünder und jeder macht Fehler. Aber kann ich mich hinstellen und sagen, ich habe keinen Fehler gemacht, ich bin gerecht, ich bin gut, ich habe alles richtig gemacht. Kann ich mich so hinstellen? Wenn du nicht bereit bist, dich zu demütigen und deine Sünde zu begennen, dann tust du genau das. Auch wenn du jetzt sagen würdest, nee, das würde ich ja nicht sagen. deswegen sagt Johannes, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann sind wir Lügner. Wie lange weigerst du dich, dich vor mir zu demütigen? Das bedeutet auch, wie lange weigerst du dich, mein Wort anzunehmen? Wie lange weigerst du dich, mich als König und Herrn anzunehmen? Ich habe dir ganz klar gesagt, was du tun sollst. Lass mein Volk ziehen. Aber du lässt es nicht ziehen. Du hältst dich fest an diesem Menschen, an dieser Person. Du lässt sie nicht los. du lässt sie nicht in die Freiheit, wie du es tun solltest. Auch das ist Stolz. Ich höre nicht auf Gott. Sei bereit, dich Gott unterzuordnen. Wer sich vor Gott demütigt, der wird mit Gnade beschenkt und erhoben. Er kann wachsen, er kann gedeihen, er kann heil und kraftvoll werden. Derjenige aber, der sich weigert, sich zu demütigen, er geht es wie dem Pharao. Er wird gedemütigt. Den Stolzen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und dann redet er von den Heuschrecken. Heuschrecken sind was Krasses. und ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie so im Kopf habt, ich weiß nicht, wer von euch das weiß, dass es im Moment auf dieser Erde wieder eine ganz heftige Heuschreckenplage gibt. Über mehrere Monate zieht sich das hin und es gibt dann diese verschiedenen Generationen, wir sprechen ja auch gerne von den verschiedenen Wellen von Corona, die zweite Welle kommt. Bei den Heuschrecken ist es tatsächlich so, da kommt die zweite Welle, die nächste Generation und die sind meistens viel mehr als die erste Generation und ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, was diese Heuschrecken alles so können, also so riesige Heuschreckenschwämme. Ich habe hier mal kurz was rausgefiltert aus der Geschichte. Einer der bisher größten dokumentierten Schwärme Heuschrecken ließ sich im Jahr 1784 in Südafrika nieder. Damals bedeckten über 300 Milliarden Insekten schätzungsweise 3000 Quadratkilometer Land. Ihrer Fressgier fielen täglich rund 600 Tonnen Pflanzen zum Opfer. Der Wind trieb den Schwarm auf das offene Meer hinaus. Die toten Insekten wurden mit der Flut wieder an Land gespült. Sie türmten sich am Strand auf einer Länge von 80 Kilometern über einen Meter hoch auf. Das sind Ausmaße, das ist echt unvorstellbar. Und seit Anfang 2020 wütet eine der schlimmsten Heuschreckenplagen seit 25 Jahren in Ostafrika. Das Interessante ist, dass diese Heuschrecken von Jemen rübergekommen sind, über das Meer durch den Wind über das Meer getragen, ihr Unwesen da in Ostafrika treiben und dann mit dem Wind über den Indischen Ozean bis nach Pakistan und Indien getragen werden und dort eine schlimme Plage angerichtet haben, jetzt im Sommer. Und wie gesagt, viele befürchten, dass es eine heftige weitere Welle noch gibt von diesen Heuschrecken, die können sich an einem Tag über 150 Kilometer weiter bewegen, diese Schwärme und die fressen an einem Tag so viel wie 35.000 Menschen. Es ist krass, diese Plage ist wirklich eine krasse Plage, deswegen steht sie hier auch ziemlich am Ende, es steigert sich, diese Plagen steigern sich. Wir gehen weiter, in Vers 7 wird uns etwas ganz Interessantes gesagt, die Hofbeamten treten auf, die Hofbeamten, von denen uns gesagt wurde, dass ihre Herzen verhärtet sind, sie treten auf mit ihren verhärteten Herzen und sagen folgendes, da sagten die Hofbeamten des Pharao zu ihm, wie lange noch soll uns dieser Mann zur Falle sein? Lass die Leute ziehen, damit sie dem Herrn ihrem Gott dienen. Erkennst du denn noch nicht, dass Ägypten verloren ist? Obwohl sie verhärtete Herzen haben, bringen sie den Pharao dazu, doch seine harte Haltung zu überdenken. Sie wollen eigentlich einschwenken. Sie haben genug von diesem Desaster, was über ihr Land gekommen ist. Das reicht jetzt. Lass sie doch gehen. Darauf wurden Mose und Aaron wieder zum Pharao gebracht und er sagte zu ihnen, zieht hin, dient dem Herrn eurem Gott. Aber anstatt, dass er jetzt hier den Punkt setzt und sie ziehen lässt, kommt wieder eine Einschränkung. Wer alles soll denn mit gehen? Mose antwortete, mit unseren Jungen und mit unseren Alten wollen wir gehen, mit unseren Söhnen und mit unseren Töchtern, mit unseren Schafen und mit unseren Rindern wollen wir gehen, denn wir haben ein festes Herrn zu feiern. Er aber sagte zu ihnen, so gewiss möge der Herr mit euch sein, wenn ich euch mit euren Kindern ziehen lasse. Seht doch selbst, dass ihr Böses vorhabt. So nicht. Zieht doch hin, ihr Männer und dient dem Herrn, denn das ist es, was ihr begehrt. Und man jagte sie vom Pharao hinaus. Der Teufel ist so gewieft. Ja, er merkt, er kommt nicht mehr zu Rande und dann sagt er, okay, gut, dich kann ich jetzt nicht mehr irgendwie halten. Okay, dann lasse ich dich jetzt eben gehen, aber deine Kinder, die lässt du mir bitte. Gott hat uns alle erlöst, die Jungen und die Alten. Das war so schön am Sonntag, oder? Die Jungen und die Alten. Wir haben sie alle ins Wasser hineingedrückt, wieder rausgeholt und sie alle leben noch und sind Teil des Leibes Christi, des Volkes Gottes. Die Jungen und die Alten, sie gehören alle zusammen. Auch die Kinder, sie gehören dazu. Aber der Teufel will das separieren. Er will und er freut sich daran. Ich glaube, dass das eine große Gefahr ist, auch wenn ich nicht sage, dass das teuflisch ist, aber es ist so eine Tendenz, dass wir Spezialgemeinden bilden. Ja, in der Kirche, da gehen ja nur alte Leute. Okay, das ist die Kirche für die Alten, die Landeskirche. Ja, und das ist hier eine Jugendkirche. Okay, da gehen nur die jungen Leute hin. Und der Teufel, der liebt es zu separieren, der liebt es, die Gemeinde Gottes zu trennen, zu teilen. Aber Gott liebt es, sein Volk zusammen zu führen, die Alten und die Jungen. Sie gehören zusammen. Und ja, das ist schwierig. Das entspricht nicht unserem Fleisch. Wir leben gerne nach dieser Devise aus unserem Fleisch gleich und gleich gesellt sich gerne. Und so sitzen die Alten mit den Alten zusammen, die Jungen mit den Jungen. Und ich sage dir, es ist nicht gut, es ist nicht richtig. Wir müssen dagegen ankämpfen, dagegen anarbeiten, Gutes tun, Liebe üben, nicht nur unter unseresgleichen, sondern darüber hinausgehen. Und ich kann es dir nur wärmst empfehlen, probiere das aus, mach da eine Challenge draus. Die Challenge heißt, ich lerne mal ein paar ältere Geschwister kennen. Ich setze mich mal mit denen hin und lerne die mal kennen, versuche mal herauszufinden, wie die so ihr Leben gelebt haben. Genauso andersrum, die Älteren nehmen die Herausforderung an, zu sagen, okay, ich gehe mal auf die Jüngeren zu. Ich fange mein Gespräch an. Und wisst ihr, das ist oft so schwer, da sind solch heftige Barrieren da, so viel Scham, so viel irgendwie innere Mauern da, aber lasst uns das wirklich dagegen ankämpfen, weil die Liebe überwindet diese Gräben. Dafür ist Christus gekommen, dass wir Familie sind, Familie Gottes, dass wir umeinander wissen, dass die Alten für die Jungen, die Jungen für die Alten da sind, dass wir füreinander beten, dass wir um die Nöte des Anderen wissen, die Herausforderungen, dass wir aber auch voneinander lernen können, einander mit dem, was Gott uns gegeben hat, dem Anderen etwas geben können. Der Teufel will hier die Erwachsenen, die Männer und die Kinder trennen. Auch das eine ganz fundamentale Sache. Gott hat uns Männer beauftragt, dass wir Väter sein sollen und unsere Kinder in der Furcht und Ermahnung des Herrn erziehen sollen. Das bedeutet, dass wir uns unseren Kindern zuwenden müssen. Wir müssen Zeit mit unseren Kindern verbringen. Wir müssen mit ihnen reden. Wir müssen ihnen zuhören. wir müssen ihnen das Wort weitergeben. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir getrennt. Wir leben in unserer eigenen Lebenswelt und unsere Kinder leben in ihrer eigenen Lebenswelt und sind ein gefundenes Fressen für den Widersacher. Der Austausch ist so wichtig, das Miteinander. Lass uns das suchen, ganz aktiv. So aus dem Fleisch heraus entsteht das nicht. Es muss durch den Geist errungen werden, erkämpft werden. Sodass es dann so ist, dass wir uns nicht trennen lassen, dass wir uns nicht vom Satan trennen, dass wir nicht zulassen. Nein, ich gehe mit meinen Geschwistern, mit meinen alten Geschwistern, ich gehe mit meinen jungen Geschwistern weiter. So viele Gemeindespaltungen hat es gegeben in der Geschichte, gerade in den letzten Jahrzehnten, die daraus entstanden sind, dass eine Jugend sich einfach abgespalten hat von dem Rest der Gemeinde. Ganz oft ist das passiert. Und das ist eine große Herausforderung, eine große Aufgabe, dass wir als Gemeinde, die wir so langsam in die Jahre kommen. Unsere Gemeinde ist schon fast 50 Jahre alt. Und dementsprechend sind die Ältesten, die damals jung waren und zum Glauben gekommen sind, sind dementsprechend alt. Und das Wunderbare ist, wie gesagt, in der Taufe haben wir das gesehen, drei Generationen, das ist doch toll. Wir alle brauchen Jesus. In jedem Lebensalter kannst du neu mit Jesus anfangen. Und wir alle gehören zusammen. Und lass uns das suchen, lass uns darum ringen, lass uns dafür beten, dass wir uns nicht auseinander treiben lassen. Mose war hier radikal, er sagt, nein, das geht nicht. Wir gehen mit allen. Alle gehören dazu. Wir feiern alle zusammen das Fest. Im Vers 12 da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus über das Land Ägypten wegen der Heuschrecken, damit sie über das Land Ägypten heraufkommen und alles Gewächs des Landes fressen, alles, was der Hagel übrig gelassen hat. Mose streckte seinen Stab über das Land Ägypten aus, da trieb der Herr jenen ganzen Tag und die ganze Nacht einen Ostwind ins Land und als es Morgen geworden war, hatte der Ostwind die Heuschrecken herbeigetragen. So kamen die Heuschrecken über das ganze Land Ägypten herauf und ließen sich im ganzen Gebiet Ägyptens in gewaltiger Menge nieder. Vor ihnen hatte es keinen solchen Heuschreckenschwarm wie diesen gegeben und nach ihnen wird es keinen solchen mehr geben. Und sie fraßen alles Gewächs des Landes und alle Früchte der Bäume die der Hagel übrig gelassen hatte. So blieb im ganzen Land Ägypten an den Bäumen und Gewächsen des Feldes nichts Grünes übrig. Es gibt übrigens auch hier wieder eine vergleichbare Plage in der Offenbarung in der fünften Posaune wird uns gesagt, dass es eine ja das Wesen wie Heuschrecken kommen über die Erde, aber es werden keine Heuschrecken sein. Sie haben ein ähnliches Aussehen wie die Heuschrecken aber es sind keine Heuschrecken und somit ist diese Plage eben tatsächlich die schlimmste Plage die jemals auf der Erde gewütet hat auch wenn wir sonst keine genaueren Daten über diese Heuschrecken hier haben. Da rief der Pharao schnell Mose und Aaron herbei und sagte ich habe gesündigt gegen den euren Gott und gegen euch und nun vergibt doch meine Sünde nur noch dieses Mal und betet zum Herrn eurem Gott dass er nur diesen Tod von mir wegnimmt. Darauf ging er von dem Pharao hinaus und betete zum Herrn und der Herr verwandelte den Ostwind in einen sehr starken Westwind der hob die Heuschrecken auf und warf sie ins Schilfmeer Es blieb nicht eine Heuschrecke übrig in dem ganzen Gebiet Ägyptens aber der Herr verstockte das Herz des Pharao und er ließ die Söhne Israel nicht ziehen wieder ein Sündenbekenntnis wieder nur ein Sündenbekenntnis was dazu dient frei zu werden von der Plage unter der Pharao steht kein echtes Sündenbekenntnis keine echte Reue keine echte Umkehr sondern nur ein Lippenbekenntnis und trotzdem betet Mose für Pharao trotzdem handelt Gott und nimmt die Plage weg wie gnädig ist Gott obwohl er genau weiß dass Pharao das Volk nicht ziehen lassen wird nimmt er die Plage weg und ja er verstockt das Herz des Pharao jetzt ist der Zeitpunkt gekommen wo der Pharao nicht mehr zu erreichen ist er ist so verhärtet dass hier keine Umkehr mehr möglich ist deswegen wird er auch nicht noch einmal aufgefordert das Volk ziehen zu lassen sondern es wird jetzt weiter gesagt da sprach der Herr zu Mose strecke deine Hand gegen den Himmel aus dann wird eine solche Finsternis über das Land Ägypten kommen dass man die Finsternis greifen kann eine Finsternis die du fast anfassen kannst und Mose streckte seine Hand gegen den Himmel aus da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis drei Tage lang man konnte einander nicht sehen und niemand stand von seinem Platz auf drei Tage lang aber alle Söhne Israel hatten Licht in ihren Wohnsitzen wir finden diese Finsternis am Kreuz drei Stunden lang von der sechsten bis zur neunten Stunde von mittags bis nachmittags zwölf Uhr mittags bis nachmittags um drei wurde es ganz finster als das Gericht Gottes auf die Sünde kam in der Gestalt von Jesus als die Sünde der Menschheit gerichtet wurde am Kreuz von Golgatha war das letzte vor seinem Tod drei Stunden Finsternis in der Offenbarung 16 Vers 10 lesen wir auch etwas interessantes die Zornesschalen Gottes die ausgegossen werden und eines der letzten Schalen die hier ausgegossen werden die fünfte da steht der fünfte goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres den Antichristen und sein Reich wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken auch hier sehen wir eine Verhärtung der Menschen die dort zu dieser Zeit am Ende der großen Bedrängnis sein werden die sich nicht bekehren selbst unter der schlimmsten Finsternis die Finsternis ist das der Ausdruck der Gottlosigkeit wo Gott nicht mehr gegenwärtig ist wo das Licht gewichen ist Jesus hat gesagt ich bin das Licht der Welt ich bin als das Licht der Welt in die Finsternis gekommen die Finsternis hat versucht es auszulöschen hat es aber nicht vermocht in diesem Moment ist aber das Licht genommen und die Finsternis ist da und es ist nichts zu greifen nichts zu fassen du hast keine Orientierung mehr du läufst du bist im völligen Dunkel alles ist schwarz keine Hoffnung mehr drei Tage lang alles ist kalt Eis ist kälter kein Licht keine Energie Jesus sagt ich bin das Licht der Welt lass dieses Licht leuchten in dir erlebt in dir und solange wir auf dieser Erde sind wird es keine Finsternis keine solch eine Finsternis in dieser Welt geben so dunkel es an manchen Stellen dieser Erde ist da ist immer noch das Licht Gottes in seinen Kindern was hindurch leuchtet die Liebe Gottes in Christus Jesus die in uns lebt und die fließt Jesus hat hat das mal gesagt in Johannes Evangelium ich hoffe ich finde die Stelle das ist in Vers genau in Johannes 11 und es geht um Lazarus der krank war und Jesus wusste ganz genau was geschehen wird und erst geht er nicht dorthin und dann stirbt Lazarus und dann sagt Jesus lasst uns wieder nach Judäa gehen und die Jünger sagen zu ihm in Vers 8 Rabbi eben suchten die Juden dich zu steinigen und wieder gehst du dahin Jesus antwortete hat der Tag nicht zwölf Stunden wenn jemand am Tag umher geht stößt er nicht an weil er das Licht dieser Welt sieht wenn er jemand in der Nacht umher geht stößt er an weil das Licht nicht in ihm ist Jesus sagt wir haben nur eine begrenzte Zeit wo du das Licht der Welt siehst wo das Licht sichtbar ist aber es kommt ein Tag wo kein Licht mehr da ist was für eine große Finsternis wird das sein lasst uns solange wir das Licht haben im Licht Gottes wandeln lasst uns im Licht wandeln wie er im Licht ist so wie Johannes das sagt lasst uns ins Licht treten mit Jesus aufrichtig gehen und wandeln unsere Sünde bekennen und ihm nachfolgen und dadurch das Licht in diese Welt hinaustragen denn Jesus sagt ihr seid das Licht der Welt du bist Teil dieses Licht der Welt lass dein Licht leuchten tu es nicht unter einen Scheffel sonst kommt die Finsternis und da ist kein Licht mehr keine Hoffnung da sind die Menschen um dich her in Hoffnungslosigkeit in Betrübnis in Angst und Sorge und du hast nichts zu geben du hast keine Hoffnung du hast keine Liebe in dir lass dein Licht leuchten das was Gott dir gegeben hat Feuer diesen glimmenden Docht lass ihn wieder anfeuern dass es Feuer hell leuchtet in dir hell strahlt damit Menschen dieses Licht sehen können und Frieden finden Freude finden Hoffnung finden dass sie Jesus finden die Finsternis die über Ägypten kommt ist groß und sie ist furchtbar aber es ist was wunderbares hier steht nämlich aber alle Söhne Israel hatten Licht in ihren Wohnsitzen das Volk Gottes hatte das Licht es war nicht vom Volk Gottes genommen da rief der Pfarrer Mose herbei und sagte zieht hin dient dem Herrn nur eure Schaf und Rinder sollen zurückbleiben auch eure Kinder mögen mit euch ziehen Mose aber sagte gäbe es du selber in unsere Hände Schlachtopfer und Brandopfer damit wir sie dem Herrn unserem Gott zubereiten unser Vieh zieht dennoch mit uns nicht eine Klaue darf zurückbleiben denn davon werden sollen bis wir dort hinkommen der Pfarrer versucht wieder noch einen Trick und er versucht noch einmal irgendwie zu lavieren und Mose bleibt hart nein ganz oder gar nicht wir gehen ganz wir gehören ganz dem Herrn nicht nur halb nicht nur drei viertel nicht nur 99 Prozent 100 Prozent gehört dem Herrn wenn Paulus sagt das ist euer vernünftiger Gottesdienst legt euer Leben auf den Altar ganz ein ganz Opfer euer ganzes Leben aber der Herr verstockte das Herz des Pharao sodass er nicht bereit war sie ziehen zu lassen und der Pharao sagte zu ihm geh fort von mir nimm dich in acht und tritt mir nicht noch einmal unter die Augen denn an dem Tag an dem du mir wieder unter die Augen trittst wirst du sterben darauf sagte Mose du hast recht geredet ich werde dir nicht mehr unter die Augen treten und wir sehen mutig wie Mose diesem Drohen entgegensteht er weiß ganz genau Gott ist der Sieger Gott ist mächtiger er braucht keine Angst zu haben vor dem Drohen hab auch keine Angst vor dem Drohen des Widersachers keine Angst vor dem Drohen von Menschen die vom Widersacher gesteuert wird du bist ein Kind Gottes und Gott hat seinen Plan und er wird ihn ausführen du kannst ganz ruhig sein du brauchst nicht zu schreien du brauchst nicht zu kämpfen und zu argumentieren du weißt Gott wird seinen Sieg vollenden und lass uns das jetzt feiern im Abendmahl lass uns zusammen das Mahl nehmen und feiern dass Jesus den Sieg am Kreuz errungen hat für uns dass er unsere Sünde getilgt hat lass uns mit dem aufrichtigen Herzen vor Gott kommen und seine Vergebung und seine Gnade suchen er hat für unsere Schuld bezahlt am Kreuz er hat sein Leib hingegeben und sein Blut vergossen für uns sodass wir sein sind ihm ganz gehören lass und wieder und wieder lass uns das tun so wie ein verliebtes Pärchen sich neu bei ihrem Candlelight Dinner sagen ich liebe dich und ich will ganz dir gehören ja lass uns dazu noch ein Lied singen Manja hast noch eins